Die Bosch Professional GKS 190. Dieses Modell ist ein leistungsstarkes Werkzeug mit einer beeindruckenden Leistung von 1400 Watt und einer Schnittgeschwindigkeit von bis zu 5500 Umdrehungen pro Minute. Sie wird über Netzstrom betrieben und bietet einen ergonomisch geformten Handgriff mit einer angenehmen Softgrip-Beschichtung für komfortables Arbeiten. Die Säge verfügt über eine integrierte Motorbremse und eine Einschaltsperre, was bedeutet, dass sie nur gestartet werden kann, wenn zwei Tasten gleichzeitig betätigt werden. Ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal. Die maximale Schnitttiefe beträgt beeindruckende 70 mm, was sie vielseitig einsetzbar macht. Eine weitere praktische Eigenschaft der GKS 190 ist ihre Flexibilität bei der Materialbearbeitung. Sie kann mit verschiedenen Sägeblättern aufgerüstet werden, die speziell für Materialien wie Holz, Kunststoff und Metall entwickelt wurden. Diese macht sie zu einem nützlichen Werkzeug für Handwerker verschiedener Bereiche wie Dachdecker, Zimmerleute und Messebauer. Die Handkreissäge bietet die Möglichkeit, die maximale Schnitttiefe bei einem Winkel von 45 Grad auf 50 mm zu reduzieren. Die Schnitttiefe kann stufenlos eingestellt werden und dies gilt bis zu einem Neigungswinkel von 56 Grad. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bosch Professional eine leistungsstarke, vielseitige und gut ausgestattete Säge ist, die sich ideal für Handwerker unterschiedlicher Branchen eignet. Mit ihrer beeindruckenden Schnitttiefe, Sicherheitsfunktion und der Möglichkeit, verschiedene Sägeblätter zu verwenden, bietet sie eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten und ist eine wertvolle Ergänzung für jede Werkstatt. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an. Schnitttiefe